Vietnam, Kambodscha, Neuseeland oder Panama, das sind noch einige Länder, die der Tübinger Dennis Klein für seinen Film bereist hat. Vier Jahre lang war der Lehrer immer wieder unterwegs, um Menschen weltweit mit Behinderungen zu begleiten. Humanness heißt der fast 100-minütige Film, der morgen nochmal in Tübingen gezeigt wird. Über Freizeiten bei der KBF in Mössingen hat Dennis Klein engen Kontakt zu Menschen mit Behinderungen bekommen. Der Film Humanness berührt und schildert ganz intensiv die Schicksale von Menschen mit Behinderungen weltweit. Dennis Klein war bei mir zu Gast und ich wollte wissen, welche Idee hinter dem Film steckt, was übersetzt der Titel Humanness so viel heißt wie Mensch sein. Mir war es ganz wichtig, einen Film zu drehen, in dem der Mensch im Vordergrund steht. Wenn man über Behinderung spricht, dann passiert es häufig schnell, dass der Mensch in den Hintergrund rückt und dass man eher auch über Probleme redet und dergleichen. Und mir war es wichtig, dass wir einen Dokumentarfilm machen auf die Perspektive Mensch mit Behinderung. Aber das Menschsein, also das reine Sein des Menschen in seiner Würde und in seinem Mitgefühl und in seiner Begegnung darzustellen. Das, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend. Es nimmt einen gleich mit. Sie waren monatelang unterwegs, haben gefühlt die halbe Welt bereist. Wie kamen Sie auf die Idee, so einen Film zu machen, auch weltweit Menschen zu porträtieren mit Ihren Behinderungen? Ich liebe das Reisen sehr. Ich reise schon seit ich 17 bin in verschiedene Länder, auch immer mit dem Rucksack, habe dadurch auch schon sehr viele Perspektiven kennengelernt, auch in entsprechenden Ländern, die einen anderen Blick auf Armut haben. Für mich war der entscheidende Punkt, ich habe das Glück, dass ich zweimal im Jahr mit einer wahnsinnig tollen Truppe in den Urlaub fahren kann, in dem es eben Menschen mit und ohne Behinderungen gibt. Das heißt, für mich in meiner Lebensperspektive ist es völlig normal, dass Rollstühle dazugehören und dass es manchmal schwierig ist, in die Disco gemeinsam zu gelangen. Umso eigenartiger war es, dass immer in Gesprächen mit meinen Freunden sichtbar wurde, dass sich die Träume, die ich habe, sehr stark von ihren unterscheiden. Gerade wenn wir über Selbstbestimmung und Teilhabe reden oder auch wenn wir über Arbeitsmarkt reden oder auch nur um das Schonvermögen, was ja eben bei Menschen mit Behinderungen oft Thema ist. Da habe ich mich schon sehr gewundert, warum diese Welten so stark auseinander gehen, obwohl wir beide in der gleichen Nation leben. Umso mehr hat mich dann interessiert, wenn ich jetzt um die Welt reise und dann eben entsprechend Länder aussuche, bei denen ich vermutet habe, dass dort Menschen mit Behinderung unter Umständen stärker behindert werden von den gesellschaftlichen Strukturen. Wie sieht es dann da aus im Verhältnis zu hier? Wie haben Sie Ihre Hauptdarsteller gefunden? Sind Sie blind losgefahren nach Indien und haben gefragt, gibt es hier Behinderte oder wie sind Sie vorgegangen? Ich hatte das Glück, dass der ehemalige Bürgermeister Gerd Weimer und die damalige Leiterin von der Lebenshilfe mich unterstützt haben mit einem Schreiben. Und das heißt, wenn ich mit diesen Briefen zu den Administrationen des Landes gegangen bin, also zu den Stellen, die geschaffen wurden für Menschen mit Behinderung, die dann auch Gesetze und der Weihes beraten haben, dann war schon an der Grenze ziemlich klar, wir haben da ganz viele Leute, die wollen ihre Geschichte erzählen. Und ich habe die Menschen angeboten bekommen oder die Menschen haben sich selbst angeboten. Es war klar, da kommt jemand mit einer Kamera und der interessiert sich direkt für die Geschichten. Und ich war sehr überrascht, manchmal auch ein Stück weit überfordert, wie offen die Menschen dann auch über ihre Perspektive mit der Erfahrung einer Behinderung gesprochen haben. Und Dennis Klein ist ganz besonderen Menschen und ihren Schicksalen begegnet. Von einer erzählt er gleich hier im Regionalmagazin, davor noch das. SR4 Baden-Württemberg mit dem Regionalmagazin aus Tübingen. Ein Film, der fragt, was das Menschsein ausmacht. Humanness heißt der Streifen des Tübinger Lehrers Dennis Klein, der dafür über Jahre hinweg Behinderte auf der ganzen Welt begleitet hat. Dabei hat er auch Sanali kennengelernt, eine junge Frau, die in Indien lebt, 16 Jahre alt. Nicht nur an sie kann sich Dennis Klein noch gut erinnern. So gibt es einen Teil in der Geschichte Indien. Da lernt der Zuschauer, die die Zuschauerin Sanali kennen, ein 16-jähriges Mädchen, das auch jetzt, wenn wir hier am Radio sitzen oder ich mit ihnen spreche, in ihrer kleinen Dachhütte sitzt und nichts tut. So, Sanali gehört zu den Menschen und da habe ich viele Kinder kennengelernt auf meiner Reise, die in ihrem Leben noch nie draußen waren. Und die auch, als man sie fand, meistens dann gefunden wurden von Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, die Kinder mit Behinderung in den Bergen gesucht haben, die weder Farben kannten, die nicht wussten, dass die Dinge um sie herum einen Namen hatten oder sie selbst. Und Sanali geht es heute verhältnismäßig gut. Sie kann Ja und Nein mitteilen. Dennoch, solche eine Geschichte wäre ein Politikum hier in Deutschland, aber dort gibt es eben Sonali in Nagar, ein Haus und da sitzt sie und wartet auf nichts. War das schwer, diesen Menschen zu begegnen? Empfindet man da Mitleid? Ich habe mich oft schuldig gefühlt, so schuldig auch aus der Perspektive, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, etwas zu tun. Ich komme aus einem Land, in dem ich mehr Privilegien leben kann, das heißt auch finanziellen Background habe und selbst 70 Euro nicht die Welt wäre, aber eben dort halt eine ganze Menge verändern könnte. Und ich dadurch aber auch immer mit mir konfrontiert war, inwieweit darf ich unterstützen und wann nehme ich den Menschen aber dann gleichzeitig die Chance, sich selbst weiterzuentwickeln. Sonali ist in guten Händen, aber Geschichten wie sie, wie viele tausende Kinder gibt es, die das ähnliche Schicksal haben und nie draußen war, die Geschichten habe ich in Guatemala gesehen, die habe ich in Lesotho gesehen, die habe ich in Bolivien gesehen, überall. Was hat die Arbeit an dem Film mit Ihnen gemacht? Es hat meine Perspektive auf das Menschsein selbst verändert. Ich bin sehr stark mit mir und meinen eigenen Vorstellungen, was das Leben betrifft, konfrontiert worden. Ich bin wahrscheinlich weicher geworden, auch im Umgang mit mir. Ich bin sehr gewachsen an den Freundschaften und Begegnungen, die ich durch diesen Film hatte. Ich bin sehr reich geworden an Erfahrungen mit diesen Menschen. Das ist für mich ein wahnsinniger Gewinn. Und gleichzeitig hat er mich sehr politisiert, sehr wütend gemacht, sehr empört. Natürlich wünsche ich mir, dass diese Botschaft oder auch dieses Gefühl, das ich in diesem ganzen Prozess erlebt habe, auch teilen kann mit anderen. Sie haben gesagt, das hat Sie politisiert. Mit welcher Botschaft laufen Sie durch die Welt? Es gibt keinen Grund, den Menschen auszuschließen. Egal aus welchen gesellschaftlichen oder sozialen Strukturen. Es gibt ihn nicht. Alles andere ist eine Konstruktion. Und das ist meine Botschaft. Und wenn man hier in Deutschland eben, das kann ich aus der Perspektive eines Lehrers auch sagen, wenn man in Deutschland sagt, ja, Inklusion ist nicht möglich, dann sage ich, es ist möglich, aber der Rahmen dafür muss geschaffen werden. Das heißt in dem Fall auch, dass die Begegnung, der Ort der Begegnung eine hohe Qualität aufweisen muss. Einfach zu sagen, es geht nicht, das muss ich abwehren, weil ich habe es überall auf der Welt gesehen, auch unter finanziell prekäreren Situationen. Inklusion funktioniert, wenn wir es wollen. Viel Zeit und viel Geld hat Dennis Klein in seinen Film investiert. Zurzeit ist er auf der Suche nach Investoren, die ihm helfen, einen Verleih zu finden, um die Botschaft des Films weiter zu verbreiten. Humanis wird morgen nochmal in Tübingen gezeigt, im Rahmen der Inklusionskonferenz des Tübinger Sozialforums im Kinomuseum Beginn 19 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017